Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Kannst du das wieder richtig, richtig hinmachen? Wow! In zwei Jahren! So, und wie bei Mareike natürlich gerade eben auch, oh Gott! Parfüm wird da geschrieben, das kommt ganz zum Schluss. Ich möchte euch heute diese schöne Tasche vorstellen. Es gibt diese Ariel Box zu gewinnen von Essence. Gehen wir doch einfach heute mal gemeinsam in DM und schauen, was es so Neues gibt. Wir feiern hier heute eine große Party, weil wir morgen etwas Fantastisches vorhaben. Musik Tschüss, alte Zentrale! Tschüss! Wie gefällt Ihnen denn der Neubau? Sehr gut! Zage und schreibe, 90% hatten vorgestern abgestimmt, dass sie gerne ein paar Einblicke in den Neubau hätten. Wir sind für Trendscouten hier. Die Mona sitzt schon mal bereit in ihrem Stuhl. Wir sind heute für euch auf der GLA unterwegs. Hallo, ich bin aus Berlin. Wir befinden uns in Paris. Wir sind inzwischen tatsächlich auf der Berlinale. Wir sind heute auf das Fest. Total verbraucht aus. Die für alle Party-Leute unter uns. Weitere Zertifikat Gemeinsam haben wir das Ziel erreicht! Wir haben heute das Greenbrand Zertifikat überreicht bekommen. Bis zum nächsten Mal.